Mit dem Kuhstahl-Code habe ich jetzt wieder die Freispiele reingestoppt. Mal gucken, was hier passiert. Die Frau. Savino hatte mal 5 Stück auf 80 Cent. Savino hatte mal 5 Stück auf 80 Cent von der Frau. 4... ahhh... 4 Stück wären... 800. Scheiße. Das ist er. Ganz wechselnd. Verlore erst mal. 10? Ja. Kannst du auch reinstecken. 4 Minuten. Wenn er jetzt einen 4er gibt, mache ich ihn erst mal Autostatt aus. Muss ich ihn später laufen. Einen 3er meine ich. 10 cm. Entschuldige... Sonne Kräh Schraub Vielen Dank. Vielen Dank.